Hi! Äh, warte mal, ist das jetzt mal nur P-Stuff? Oder was ist jetzt was? Warte, ich überleg mal. Scheiße. Äh, nein, ich über eine P-Stuff. Aber, warte mal. Äh... Ja, mach erst mal kurz den komischen Bild, was ich am meisten mag. Ich kann mein Schwert nicht OP machen, muss ich ein Ding machen. Ich mach ein komisches Torbombau. Also, ich hab schon mehr OP-Stuff gemacht, aber ich werd noch was beschreiben auf mein Schwert. Ich hab mein Schwert geschrieben, Luke. Wie viel Damage macht das? Zehn Damage! Euer Schaden sind verschlagen. Karne, mein Schwert macht zehn Damage. Ich mach auch bei den Schwert zehn Damage. Ja, ist das, was wichtig ist, nicht die Katze davon. Und soll ich auf mein Schwert sieben Damage noch machen? Zum Herzen eines Mannes zu finden. Der Prinz ist auf mein Schwert. Soll ich diese OP machen? Also, ich hab zehn Damage auf mein Schwert. Was? Ich gucke auf mein Bogen. Warte, ich mach... Äh, warte. Der hat noch Unendlichkeit auf dem Bogen. Äh, dann nehm ich noch eine Sache, was... Ja, und dann kommt neben 3XL? Du brauchst mir nicht zu, ne? Nö, bei mir nicht. Ich bin in Gamma 0, Mann! Ich mach noch was, Junge! Ich bin noch was am Machen! Wollieren! Dankeschön! Ey, Carlo, ich darf mich nicht nerven. Aber ne, was machst du? Du nervst mich. Ich bin nicht mal in Gamma 0. Warum darfst du das Herz des Prinzen zu erobern? Äh, warte. Ey, warte, ich hab voll die falsche Versaubung gemacht. Ich hab irgendwie ein Miststück... Ups, das will ich nicht sagen. Mist auf meine... Hör auf. Und das verdienen wird. So. Äh... Ich kann nicht wegmachen, scheiße. Also. Äh... Hör auf, bitte! Zeig auf, Mann! Nun, ne, ist grad ein bisschen. Kann ich geh gleich raus. Achso, okay. Äh, Mann! Äh, warte mal... Kann ich mich nicht machen? Nass mich nicht... Soll ich die OP-Verzeiubung machen? Dann nervst du. Soll ich sie machen, wenn du mir jetzt nicht nervst? Wenn du mich immer noch nervst, mach ist die OP-Verzeiubung. Willst du das haben? Oh! Was? Ja, hab ich jetzt mal in Ruhe. Bäh, hä... aber ich mache meine pickaxe in einer karte weiß was ich bin einfach so ich kann überhaupt nichts aus und wie ich das macht ich habe mich schwer gemacht ob die entbogen meine würde ich mache das jeden zeit die ganze zeit warum der haus hat verlassen hat das spiel verlassen das spiel verlassen und wieder beigetreten das muss machen und kann ich überhaupt nicht rein du musst rausgehen aber zuerst speichern du musst rausgehen dann muss wieder reingehen ein bisschen warten und dann mich einladen jetzt hallo ich kann da nicht rein nein kann ich gar nicht in das spiel wieder neu beginnt kann ich wieder ein wie aber sie nicht er ist halt nicht maß kann ich überhaupt nicht machen wir 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 machen ich bin nicht fertig ich kann immer schreie auf dich aber auch die gaben er ist auch mit dem abbau du Nervensäge. Alter, mein Hals zugeben. So, ich mach mir welche Sachen, die was aber nicht lang brauchen. Die gehen eh schnell. Aber der Hypercap brauch ich nicht. Ich fahre 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 nicht. Also, Carlo. Äh, also hör mir zu. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe meine... Carlo, guck mal in mein YouTube rein. Also, geh mal in mein YouTube und guck mal zu. Ja, die bis 18. Leben ist ja 3 Monate. Dann bin wir 3 Monate fertig. Dann bin ich gerne mit. Und nicht. Nach 3 Monaten bist du bei. Ich will gleich koscher. Gerne sehen. Ja, ich will direkt noch besser in den Tafeln. Bei den Tags und Jahren... Dann bin ich zu. Wenn ich dich mitnehme. Dann bin ich zu. Dann bin ich zu. Dann bin ich zu. Ich muss neben die Dater schön. Dann bin ich zu. 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 Entblüde. So Carlo. Hallo. Hallo, bist du da? Früher fürs Ro storms libert�, als du gemacht hast, oder. Kuckst du mich zu? Aber nicht ganzen 17. Kuckst du mich zu? Kuckst du mich zu, Carlo? Hallo? Ich bin da. Okay, bitte nicht aufregen. Guck jetzt da. Guck jetzt da. Guck jetzt da. Ja, du bist glaube ich nicht. Ja, ich? Ich rede weg. Und mit 20 hast du begonnen? Nein, ich glaube das ist ja drin. Möchtet? Das wurde nicht, der war. Ich denke... Ich denke, dass wir nachher wiedersehen. Ja, ich denke... Gar nicht? Du machst mir Null Schaden, aber okay. Aber trotzdem, ich habe meine OP-Röste nicht mal gemacht, Mann. Ja, ich habe sie nicht mal gemacht, aber okay, ich bin OP natürlich nicht immer. Ich kriege halt Null Schaden, wirklich. Oh mein Gott, ich brenne, du musst, okay, jetzt kriege ich Schaden, mein Nacken. Hä? Es fliegt doch irgend... Warte, 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 warte. Mach mich kurz wieder Game Mode. Du musst mich gerne machen, ich habe einen Fehler. Mach mich wieder Game Mode. Ich habe keine Pfeile. Also, ich brauche halt... Ich habe keine Unendlichkeit auf meinen Pfeil. Dings, Bums, keine, wie es heißt. Warum Unendlichkeit? Da braucht man nicht Trennig am Pfeiler. Jetzt brauche ich noch ein Pfeil. Warte mal, ich finde, so... Äh, so zaubern und dadidu. Äh, ready. Warte. Ey, du hast Börblöcke, ich habe keine Börblöcke. Mann, oder? Ich brauche nicht mal OP-Äpfel, aber... Ich brauche überhaupt keine OP-Äpfel. Guck. Warte, gib Lava. Du schlagen. Mein Rüssel ist so... Ey, wird kaputt. Ich erst mal eine OP-Äpfel. Oh, danke. Äh, hast du Wasserläufer? Okay, gut. Fertig. Und was? Zubat, teb. Nee, Wasser. Doch, du hast Wasserläufer. Steh, du Pferd! Nee, ich bunt das was super. Ah, alter. Guten Boot, Schützer. Stecku. Ja, we fährle, Mann. Oh mein Gott, noch keinen Sinn! Arme Fischer! Hey, bist du gerade kühlt? Was für Schock, Reco? Ich hab so viele Unfälle nicht gemacht, Reco. Reco, was interessiert dich das für deine Scheißkarte? Hier! Karlo, warte! Bist du OP, Karlo? Warte, nicht hauen! Ich hab dich mal, einmal, okay? Ich hab dich einmal. Kriegst du richtig viel Damage? Wie viel Damage hast du? Keine OP abfüllen, du dummi! Nee, du musst jetzt... Nimm deine fucking Milch! Der mir wieder hat. Du bist eine... Kuh! Schweinstimmt! Ich schenk mir nicht diesen liebevollen Weg... Schweinstimmt! Uuh, Knopf daneben! Speed, Speed, Spau, Spau, Pauschen! Ich bin ein Euro und ich sage, dass er die auch nicht gut ist. Wisst ihr, was ich am allerleisten habe? Wir sind nicht mehr. Nein, wir sind meistens gelaufen mit Obst, als wir uns beide zum allerersten Mal über die Wien geladen sind. Erinnerst du dich? Es war wirklich ein Katastischer Tag. Ach, wie die Zeit auf so etwas vorbeizieht, findest du nicht auch mal? Wisst ihr das auch schon? Mutter, ich habe uns auch eine. Hallo. Ey, Junge, hör mal auf mit Wasser zu spielen. Ist überhaupt nicht fair. Ja, du hast Wasserschwimmer, du auch. Mann, du hast Wasserschwimmer, Mann. Hör mal, Carlo. Mach mich jetzt in fucking Game Mode, aber zack ich. Du hast Wasserschwimmer, Mann. Ist unfair. Hallo. Mach mal Nighttime. Also mach mal den Tag wieder. Warte, warte, warte. Komm her, komm her. Ich will was zeigen. Hallo, Alter, du bist ein Feig. Komm her, ich will doch nichts tun. Ich habe jetzt keine Waffe mehr. Komm her, ich will nichts tun. Oh mein Gott, dann komme ich eben nicht zu dir. Ihre Waffe nicht schmeißen. Komm her, du bist ein Feig. Du bist ein Feig. Du bist ein Feig. Du bist ein Feig. Komm her, du bist ein Feig. Komm her, du bist ein Feig. Komm her, du bist ein Feig. Du Pümmelberger. Komm her, du bist ein Feig! Du bist ein Feig. Du bist ein Feig. Du hast dich nicht zu, dass meine Tochter sich auf diesen Weg zu mir einstehmert. Komm her, du bist ein Feig. Komm her, ich kann dich genau zu. Komm her, ich bin ein Feig. Komm her. Komm her, ich bin ein Feig. Guck mal! Falsche mehr Mann! Du bist! Falsche mehr Mann, du Pussy! Falsche mehr Mann! Jessica, wie kann man das kommentieren? Wie ist der Mann? Wie ist der Mann, aber ich will dir nicht Pussy geben. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Nein, nein, nein. Das ist von Seca. Was? Was interessiert? Das ist von Tante. Was? Ich liebe dich. Ich liebe dich.